So, dies ist also jetzt der zweite Part. Es geht wieder weiter in diese Richtung hier. So, wir schauen hier nochmal durch und wie wir sehen, sind wir hier. Kann man da irgendwas hinschmeißen oder so? Ne, das ist das. Klozapina. Ich weiß nicht, was in diesem Fall ist. Aber hier muss es doch irgendwie weitergehen. Schauen wir hier nach oben. Da ist also nichts. Einmal nach links. Einmal nach links. Hier nach oben. Ne. Das sind Dosen. Da könnte man eigentlich durchfuschen. Ah! Na Mensch! Nein! Bleib draußen! Ich will nicht mit dir abhängen. Ich will mit dir essen. Ne, ich will mit dir kochen. Was ist das? 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 Ich frag mich. Ich weiß nicht, was da hinter ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da irgendwas gehen wollen sollen. Ein Zug? Nein. Nein. Im Kielzug durch Paulgut am Festival. Ja, das ist natürlich nicht. Nein! Ich will das auch nicht sehen. Ich will das auch nicht sehen. Ah! Nein! Nein! Okay, gut. Es geht weiter. Wir leben noch. Sehr schön. Gut zu wissen. Oh, ich meine jetzt. Wir liegen. Ne, wir standen. Okay. Ah! Okay, hier geht's nach draußen. Ah, Spieleinigung. Ah! Ja, ich denke nach, aber... Da HAZEN konnte ich keinen Fall mal auf das. Ah! Da war mein Softgelager, nehme ich mich an. Keine Ahnung. Ah, cool, okay, wir sind weiter. Eine große, offene Welt. Okay. Versuch mal, weil die Tür ist. Oh, okay. Ja, ich glaube, da kann man nicht rein. Schade. Okay, wir können mal rübergehen, nehme ich mal an, mit ganz viel Vorsicht. Da geht's nach oben. Na, eigentlich nicht nach dir, eigentlich nach der da, oder? Ah, eine Leuchtstoffröhre. Oder? Ne, das ist eine Sicherung. Oder? Sie sehen doch in Amerika die Sicherung aus. Und schon wieder überall, dass er in der Steckbrüche. Ah, ja, der scheint verrückt zu sein nach dir, würde ich mal meinen, oder? Okay, also da geht's nicht lang. Meine Güte, da hat sich jemand aber wirklich Arbeit gemacht für das Mädchen. Also, der muss tatsächlich was Besonderes sein. Ah, okay. Da haben wir nichts zum Aufmachen. Was ist das denn überhaupt? Rape hier, Cigarettes. Ah, okay. Zigarettenautomat. Ein Buffet. Oder irgendwas, was mit dem Buffet zu tun hat. Da ist nichts. Huh. Oh, das ist so. Die haben das kalt, würde ich mal meinen, oder? Ja, das kann so. Huh. Ja, das ist natürlich mal ein Problem. Das ist völlig normal. Das stimmt natürlich gern mit den Verrannten. Oh, das ist so. Das ist so. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Das war jetzt einfach. Das sind vielleicht diese verlorenen Seelen, wo nach dem Spiel benötigt wird. Der Inspektor. Ich versteh alles. Irgendwas wird feiern. Was? Was würdest du uns denn hier sagen? Willst du uns nicht durchlassen? Bäm, weg ist es. Ah, okay. Also der will uns nicht durchlassen. Oh, jetzt haben wir was geklaut. Aber ich wette, da müssen wir unbedingt hin. Sonst... Wait room. Nee, waiting room. Okay. Okay. Und wir kommen. Ich bin ein. Okay. Vielleicht... Ja damit. Irgendwie... Nee. Oder auch nicht. Okay. Also hier geht es immer um Such... Ich bin... Ich bin ein. Drei... Ich bin ein. Ja wie willst, Zirkdu? Wir können nicht durch. Warum denn nicht? Das ist ein Geist. Ich bin ein. Und dann muss ich einfach nur durch... ...durch ihn durchgehen. So gemein sind wir aber nicht. Einfach durch jemanden in den durchgehen, das gehört sich nicht. So. Gut, also. Wir haben uns jetzt den Gebäuden hier, weil der Geist für uns hier eh nicht haben. Gehen wir einfach wieder zurück in den Tunnel. Ja, machen wir auch erst noch nicht. Mich würde nur noch interessieren, wo hier die ganze Zeit das Geklimpere herkommt. Aber das ist... Ah, das sind bestimmt einfach nur so ein Vorhintergrund gefolgt. Ja, ja. Ich habe nichts zu sagen. So ist die Atmosphäre für... Ah! Zum Glück sind wir hier herlanggegangen. Oh, eine Gastronomie. Ladies and Gentlemen. Ah, ein kleines Feuer. Feuer. Ah, da können wir die Pohre verbrennen. Oder auch nicht. Wodka. Wodka ist ja rein theoretisch brennbar. Ja, so dumm ist das gar nicht. Muss nur rein theoretisch. Wenn es mit Wasser gemischt ist, muss es nicht mitbrennbar. Das ist ja reiner. Das ist dumme Logik. Das ist ja reiner Wodka. Ich denke nicht, dass es in der Flasche ist. E. Da hatte eine Dame ihre Menstruation. Oder auch die Erdbeerwoche. Je nachdem. Kleine Kinder. Das nennt man Erdbeerwoche. Große Erwachsene. Die Frau hat ihre Menstruation. Ja. Ja. Hat ihre Borde. Was? Ja. Willst du Tabletten? Oder Alkohol? Was zum Arscherfischen? Es sinkt für sie das Niveau. Ja, und es sinkt heute wieder sehr. Ah, das ist ja deine Abflussbombe. Sonst scheint einfach mit ich nicht zu Hause. Nein, da musst du irgendwas machen können. Es ist nur die Frage. Das ist immer so. Und du kannst du kannst Englisch, nicht ich. Nein, das geht Englisch. Wunderbar. Okay, also es gibt nur hier was. Ja, ja. Ja. Wir sind hier. Aber wenn du uns nicht sagst, was wir machen sollen, können wir auch nichts tun für dich. Der schnorcht nicht. Der hat nur lauter Atmen. Ja, die ist aber sehr komisch. Ah, okay, cool. Hier gibt es auch was. Du musst du sehen. Klapp. Ah, okay. Wenn wir einen Schraubenzieher hätten, könnten wir Zimmerschrauben ziehen. Das Spiel ist komisch. Also, ich kann es nicht zuordnen. Gibt es bei den Männern rein? Nee. Nein, jetzt habe ich nicht rein. Schöne Sternenhimmel. Irgendwas auf dem Boden, eventuell. Nee, gar nicht. Du musst weg. Oder so. Ah, na, gucke mal. Ich wette. Es passt nicht rein. Das wollte ich gerade sagen. Das hier. Das ist nur eine Sicherung. Bombe kannst du auch nicht reinsetzen. Okay. Wenn wir das machen, dann geht es ja irgendwo... Ah, das wird was mit der Kiste zu tun haben, nehme ich mal an. Dann können wir hinter der Kiste weitermachen. Dafür müssen wir aber erst einmal irgendetwas finden, womit wir das hochheben können. Wir müssen irgendwas fürs Klo finden. Da hat jemand eine Dose umgeschubbt. Ich glaube, wir gehen nochmal da hoch. Da muss irgendwas noch sein, was wir gerade suchen. Und mir würde mehr Licht gefallen. Da weiß ich nur, ob das Licht an ist oder nicht. Ich auch nicht. Das ist wirklich nur die Kiste hier. Okay. Irgendwas auf der Seite. Ja! Die T-8-74. Okay. Nicht sehr hilfreich, glaube ich, zumindest. Die sind Hans Cook in der Luft auf dem allerfensten Dach. Ups. Da ist nichts. Ah, ich nehme die Treppen hoch, irgendwie so. Nee. Oh, seht ihr. Und damit endet das Let's Play. Nach zwei Folgen. Ja. Was war denn das? Uh, die fangen gerade in Silvester, würde ich mal meinen, oder? Achso, das war wieder so. Reinden geht's auch eigentlich klar. Ja, gut, aber ins Buffet kommen wir ja nicht rein. Und für den Zigarettenautomaten. Ob wir da, da was reinstecken können? Ich glaube nicht. So, wir beenden an dieser Stelle den Part. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.